yo freunde was geht hier ist wieder euer jeffel fragen ich meine jeffel quick ich hoffe es geht euch gut und zwar bin ich hier gerade im video drehen und ich draußen schnell das ist wirklich verständlich deswegen bin ich in eine dusche gegangen und da ist es ein bisschen dreckiger karton mit wasser und jetzt sagt bitte nicht oh das arme wasser das ist viel weniger als in einer padewanne und so dann habe ich noch hier sowas und das werde ich heute ins wasser tun außerdem kommt eine action kamera ins wasser und eine taschenlampe die ist angeblich wasserlich ich bin wieder da ok freunde erst schalte ich die action cam ein also ich er braucht mich zu sehen meine vorbereitungen die action kamera nimmt auf jetzt kommt noch die taschenlampe rein damit die action kamera auch was sieht ich glaube ich werde mit der hand rein leuchten oder ich gehe einfach so auf die seite rein das läuft mir besser das war eine gute idee und jetzt freunde jetzt ist es soweit die action kamera läuft ich sehe mal schnell tja freunde die action kamera filmt das heißt ich darf es rein geben darf naja eigentlich darf es ja schon mann oh mann also freunde es brutzelt ganz schön und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020